Willkommen zurück, ihr Lieben. Dann lasst uns mal rausfintern, was hier los ist. Wer ist die Hexe? Junge. Schön hier. Richtig idyllisch. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy. Schau. Du bist schon hier. Oh, da ist das Pokémon. Ist er nett? Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Na, wenn das mal kein Abklatsch von Seven Deadly Sins ist. Wer ist harmlos? Alter. Will dich auch anfassen. Gib mir deine Euter. Schnell. Blick ihn auf den Kreis da. Hält ihn ruhig. Lebst du allein? Ja. Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Hält ihn ruhig. Er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Nein. Was noch? Ich. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen... Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir. Ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. In Ordnung. Gartenschaumkraut. Ja. Habe ich auch. In meinem Klo. Ja, könnte ich ja jetzt machen, gell? Uh, was ist das denn für ein Fenster? Herrvoll fancy, Mann. Da ist eine Kerze. Ich dachte, das ist was zum Anfassen, aber... Wir wollen natürlich etwas die Welt entdecken. Der stirbt jetzt schon nicht, oder? Der ist dick. Ja, so siehst du auch aus. Könnte jetzt auch essen gehen und trotzdem stirbt er nicht. Also, heul nicht. Ich will den seinen Hängezipfel streicheln. Da, weißt du. Wo ist denn der? Was ist hier so los? Da ist das Gartenschaumkraut. Hö! So. Ah, Treos zurück. Ich wollte eigentlich den sein Gehänge da im Gesicht anfassen. Wo ist er denn? Da vorne muss irgendwo sein Gesicht sein. Ich komme da gar nicht hin, oder? Nein. Oh, Mann. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber manchmal muss ich ein bisschen Rosepopel rausschießen. Das passiert hier und wieder. Es kitzelt vor Spannung in der Nase. Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Hm. Hahaha. Schön mit Untertitel. Ich gehe jetzt einfach mal da raus. Nein, da kann ich nicht raus. Er geht halt auch extra langsam. Um den dramatischen Effekt des Willen. Da würde ich auch gerne wohnen, ehrlich. Mir fehlen da zwar noch ein paar Berge, aber so vom... Ja, wobei, da sind ja Berge. Wo ist denn der Atreus? Ach, da. Junge. Ah, Moment. Ah, Moment. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Es war knapp, Leute. Mir ist hier gerade mein... mein Getränk umgefallen. Panik. Kurzer Panikmoment. Flüssigkeit, Technik, verdreckt sich nicht. Aber scheint alles gut gegangen zu sein. Stinkt hier. Stinkt ein bisschen, aber sonst... Wie hat dir das Viech gedreht? Ja, genau was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor... denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Hey, Mili. Hey, Mili. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht, geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zu Orientierung und Navigation und wird euch immer zu euren Zielen führen. Okay. Ich sehe ein Boot. Okay. Was? Was ist denn das? Was ist denn das? Boah, was heißt hier hinter uns? Wo, was? Hä? Da ist halt einfach gar nichts. Ja, ja. Das verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Ja, mach einfach... Alles kaputt. Einfach alles. Was ist denn da das? Das ist falsch. Ach. Okay, ist auch falsch. Anscheinend. Boah. Habe schon Angst gehabt, da runterzufallen. Das war überhaupt nicht. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Ein Geheimnis. Ah, der Stahl. So, jetzt musst du wieder weg. Ah, 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 stopp. So, dass ich wieder... ...da rauskomme, wa? Gut. Was macht der da so? Boah, was ist das? Was? Just a shining ball. Hm? Was ist mit dir so? Was hast du entdeckt, Junge? Rede! Aha. 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 Talisman gewährt ein Gesundheitsschub. Zum Aktivieren L1 plus Kreisbrücken. Aha. Cool. Kann ich mich heilen, Leute? Kann ich mich heilen? Schöne Sache, das. So. What next? Das ist das Boot. Boah, was hier rum? Ich bin ein Gott. Ich muss... ...Sachen zerstören. Boah, weil ich mächtig bin. Oh, das ist ja komisch kaputt gegangen. Junge! Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Für deine Krankheit wartest du nichts. Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Ich will da hin. Hallo? Nein. Egal. Immer Richtung Licht, dem Jenseits entgegen. Ich folge der Anzeige zu meinem nächsten Ziel. Jawohl, Sir. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Wir treiben ins Meerwasser. Riechst du es nicht? Nein. Wenn dieser groß das Meer ist, dann stinkt es. Äh. Wahrscheinlich voll der Abwasserkanal. Von Malle. Sieh doch mal. Das ist Thor. Thor. Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter vom Göttern sprach. Aber ich sag nicht. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott. Sohn von Odin und Frig. Und Odin ist der Krieg. Das stimmt. Warum? Das war der, gegen den wir gekämpft haben. Baldur. Baldur. Drrrrrrrrrrrt. Wer bist du denn? Ich kann Ruhnen sehen. Auf der Brust. Die sind kaum zu erkennen. Eingeparkt. Da steht. Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also. Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du's tun? Glaube ich nicht, dass das jetzt... Oder jetzt das Lösung ist. Die Axt kommt nicht zurück. Was ist das? Hei. Liege Scheiße. Bleib ruhig, Junge. Will ich. Das ist toll. Sie ist nicht. Ja. Mutter sagte, sie ist nett. Was sagt sie? Keine Ahnung. Mutter. Das. Das. Das war, glaub nicht. Hey. Da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh. Deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da. Und da ist der Berg. Das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hm? Und da ist sogar ein Dock. Da. Neben der Flagge. Hallo, ich hab ein paar Sachen an zu merken. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sie sah verdammt groß aus. Also zum einen hat er gerade auf Anhieb seine Axt in die Mitte des Wassers geworfen, ohne zu wissen, wie groß das Wasser ist. Die Schlange ist noch da. Hallo. Warum reagiert da keiner drauf? Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen rum. Wenn wir unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir hierher zu... Wo ist da ein Dock? Ich finde das Dock gar nicht. Ah. Wir sehen uns ein bisschen um, Freunde. Das war's, oder was? Hacksilber. Fertig? Ja, fertig. Das... Ja. Der Junge kann auch schon nicht mehr. Er macht auch schon... Oh! Blow, man's blow! Oh, da ist ein zerschelltes Fond. Chef, Bruch. Äh, ja. Ich meine, warum ist das passiert? Neues Dock. Das ist krass, Alter. Wie der das steuert, Mann. Der hat's voll drauf. Hier passiert was, Leute. Ja. Was geschieht da? Aha, ein Aufzug... Was ist denn? Siehst du die gar nicht? Hallo, schau... Ey, ist der irgendwie... Der hat magische Fähigkeiten. Ich mach einfach mal alles kaputt. Alles klar, da ist wieder was zum Verkaufen. Der Gott des Krieges walte seines Amtes. So, was ist das da? Das sieht komisch aus. Hallo? Wow! Der mich grad gewonnen hätte, der... Aber... Warum fasst denn der das auch an? Warum fasst nicht Sachen an, die unheimlich aussehen? Man lässt sie... Okay, aber das will ich nochmal versuchen. Das... Kann ja nicht alles gewesen sein hier. Sei bereit! Stufe 6! Okay. Vergiss es, es ist zu heftig. Das schaffe ich nicht. Ah! Die one-hitten mich. Was ist denn das? Ich glaube, das ist noch nicht so das, was richtig ist für meinen Level. Da komm ich mal wieder, wenn ich level 5 Milliarden bin. So ein Google-mäßig. Okay. So, also, sterben haben wir auch drauf. Dann war da hinten was. Mann, ist das ein großer See, ey. Und hier ist ja richtig was los, gell? Schaut euch das mal an hier. Da kann ich überall noch hin. Was ist das? Kampf, Weltenrissbegegnung. Hat mir noch keiner... Keiner erklärt, was das sein soll. Was, was ist das? Voll das Geisterschiff. Das ist, äh, hier. Ja, machen wir. Hallo? Die Black Pearl. In eklig. Achtung, seitwärts einparken. Miau. Geheimbereich entdeckt, Todesinsel. Aha. Das... Das klingt irgendwie extrem... Danger! Ich kann mir nicht helfen. Das klingt gefährlich. Egal. Hey, sieh mal. Eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Hm. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Ja. Mach mal, Junge. Quake hier. Alles klar. Huah! Komm mal los! Müssen denn immer Gegner auftauchen? Ah, nein! Es war gut, oder? Du musst noch... Gut gekämpft, ihr zwei! Was ist das denn? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und ihr hört euch auf! Nicht so schüchtern! Bis zuerst? Ich komm gleich zu dir, mein Freund. Wie lässt sich die reagieren? Ich hab verstanden, was das ist. Das ist Rage, die ich dazu bekomme. Aha! Hätte mir auch mal jemand erklären können. Bist du tot? Du bist sehr scharfseillig und kühn. Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet. Sedul und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Und? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Nö. Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl. Vielseitiger Kriegergriff. Gewöhnlich Axtknauf. Erhöht Stärke, Abwehr und Glück verbessern, um zusätzliche Werte zu erhöhen. Cool. Cool, Freunde. Cool. Vielleicht mache ich das ja doch. Oh, er ist verschwunden. Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Eins von vier. So, jetzt wird es mir oben auch angezeigt. Aha, da unten. Die Inseln des Sees erkunden. Dock Eisenbucht. Vielleicht sollte ich da hin, ne? Laden. Freunde, das wird, das, das, das... Das wird gemacht. Das wird erledigt. Der Gott des Krieges erledigt sinnlose Arbeit. Ich habe heute übelst... Nein, heute? Gestern habe ich was Interessantes gehört. Notre Dame. Ist doch abgefackelt. Schade drum. Hm, wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Wir sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben... Keine Bedürfnisse, nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Auf jeden Fall wollen sie ja Notre Dame wieder aufbauen. Aber es gibt ja keine Original-Baupläne mehr. Also haben sie dank... Was ist das denn? Dank Ubisoft, durch Assassin's Creed, haben sie ja Notre Dame digitalisiert komplett. Und anhand dessen digitalen Aufzeichnungen können sie jetzt Notre Dame naturgetreu... wieder aufbauen. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Ja. Darfst du. Quäkir. Na dann. Kommt her, meine Freunde. Ich. 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 Alter. Das wird jetzt schwierig. Lass mich los. Ich. Wollt eigentlich grad... ...den Heilding verwenden, aber irgendwie ist das nicht so... ...hat jetzt nicht so geklaut. Ja, was war das, Mann? Manchmal verstehe ich einfach nicht, was ich tue. So, ich mache als erstes diese blöden fliegenden Viecher da weg. So, ich bin bereit. Oh, was ist denn mit dem passiert? Was soll ich tun? Hallo, erklärt mir das mal jemand? Alter. Was sind das für nervige Dinge, Alter? Oh, wie der mich aufregt, Alter. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass die... Seid ihr beide lebendig? Noch ein Geist. Ja, noch ein Geist. Noch ein Geist. Die waren ja krass. Hallo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. Vertorbener legendär, Überrest und Einer, damit der Kriegergriff verbessert wird. Na gut, dass der kein Starbucks-Kaffee wollte, nicht wahr? Ähm, Fähigkeiten. Ich habe 2000, das sehe ich ja gerade. Das sollte ich vielleicht mal verwenden. Das verstehe ich nicht. Hinserfer wird Frostschaden verursacht. Führen Sie schnell nacheinander aus. Drücken Sie beim Sprintnärm 1, um einen Sprungangriff auszuführen. Eigentlich ganz cool. Fernkampf. Ja, wir explodieren da die Frostschaden verursacht. Gedrückt, um hier aufzuladen mit Frostschaden beim Auf. Cool. Das ist eigentlich ganz cool. Block durchbrechen. Ja, okay. Das kann ich noch brauchen. Habe ich so das Gefühl. Was ist das da so? Schwingerangriff. Brauche ich den? Nee, eigentlich gerade nicht, gell? Mein Junge, was ist bei dir? Ja. Mach mal noch, gell? Junge, was habe ich dir über das Hilfe leisten gesagt? Lass es. Korrekt. Aber könnten wir nicht... Das ist keine Diskussion. Lerne dich zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist, wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen. Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Gar nicht so blöd, der Junge. Wollen wir nicht auf der Schlange reiten. Die ganze Welt umschlingen. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Die Welt umschlangen ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. So, dann wollen wir mal... Also, ich habe vor, alle zu retten. Ich hoffe, ich schaffe es. Versprechen kann ich nichts. Aber... Oh, da laufen Feinde rum. Da sind halt einfach Feinde. Konzentrieren, Junge. Aua. Aua. Oh, wie die mich nerven, Mann. Da ist... Da ist der Geist. Erst kurz... Geht bei dir so. Und du auch weg. Nicht, dass die noch lebendig werden! Hey, fahrt auf mich! Eins. Zwei. Hat er die drei gesehen? Ist das wieder mit Zeit? Oder habe ich diesmal... Wirklich? Wirklich? Ha! Was bist du? Ein Apfel. Geiler. Cool. Dann werden wir jetzt den Geist holen. Was sind... Vielen Dank.